Am Samstag haben in Naran die Schützen einen Unabhängigkeitstag veranstaltet. Stoll hat in Bozen nachgefragt, ob Südtirol die Unabhängigkeit anstreben sollte. Mir ist es eigentlich egal. Ja, es war eine super Idee. Das tat mir total gut gefallen. Also wenn es es war, es war super. Also ich war reinverstanden. Eine falsche Frage. Unabhängig ist eines, ob Südtirol praktisch von Italien weg soll, ist ein anderer. Ja, das ist ja nicht möglich. Also von mir aus gesehen, sollte Südtirol schon unabhängig sein. Das ist meine Meinung. Ja, von mir aus gesehen schon. So wie es mit der Wirtschaft in Italien zugehört, war glaube ich, das die beste Lösung.